140 Jahre PSD-Bank Hessen-Thüringen. Das bedeutet 140 Jahre Verantwortung, Engagement und sichere Finanzprodukte für mehr als 95.000 private PSD-Bankkunden in unserer Region. Die meisten davon sind Mitglieder, also gleichberechtigte Teilhaber der Bank und ihres Erfolges. Das bietet natürlich eine Fülle von Vorteilen und Sicherheiten. Denn im Vergleich zu vielen anderen Banken steht bei uns nicht die maximale Gewinnerzielung im Fokus unseres Wirkens, sondern die Förderung unserer Kunden und Mitglieder durch bestmögliche Konditionen, durch umfassenden Service und einer individuellen Beratung. So verbinden wir traditionelle Werte wie Sicherheit, Solidarität und Verlässlichkeit mit Wirtschaftlichkeit und zukunftsweisenden Innovationen im Kundenservice. Das ist einzigartig. Und das macht uns so erfolgreich. Aufgrund dieser Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit empfehlen uns viele Kunden täglich weiter. Wir kommen gerne auch zu Ihnen, wenn Sie möchten, persönlich, sicher und direkt. 1872. Die Geschichte unserer Bank beginnt in einer Zeit, in der das Handwerk und der öffentliche Dienst, bedingt durch die Industrialisierung, finanziell an den Rand der Gesellschaft drücken. Schon damals gehört die Post zu den personalintensiven Unternehmern. Die Angestellten im einfachen und mittleren Dienst zu den unteren Besoldungsgruppen. Nicht selten kommen die Bediensteten aufgrund der schlechten Entlohnung unverschuldet in finanzielle Notlagen. Sie fallen ominösen Geldleiern zum Opfer und werden in einen persönlichen und wirtschaftlichen Ruin getrieben. Doch Generalpostmeister Heinrich von Stephan ist seinen Bediensteten sehr verbunden und tief bewegt von deren Not. Als gesellschaftsverantwortlicher Mann und Abgeordneter des Reichstags hat er ein gutes Gespür für bedeutende Entwicklungen und Veränderungen. Dann bekommt er den entscheidenden Impuls. Nach dem Vorbild der von Schulze-Delitz gegründeten Kreditgenossenschaft für das Handwerk ruft Heinrich von Stephan, Kraft seines Amtes, den ersten Post-, Spar- und Vorschussverein ins Leben. Die Bediensteten können nun Geld zu guten Konditionen anlegen, leihen, eine Existenz gründen und sich endlich für die Wechselfälle des Lebens absichern. Und das macht Schule. Bereits im Gründungsjahr 1872 entstehen 36 weitere Post-, Spar- und Vorschussvereine als Selbsthilfeeinrichtungen bei den Oberpostdirektionen des Deutschen Reiches. Später gründet Stephan den Weltpostverein, um Postämter global besser zu organisieren. Das ist der Beginn einer gewaltigen Bewegung. Die Spareinrichtungen finden regen Zuspruch, die Mitgliederzahlen steigen. Und diese Entwicklung, die 1872 begann, reicht bis in unsere heutige Zeit hinein. Sie ist der Grundstein für den Erfolg unserer heutigen PSD-Bank. Persönlich, sicher und direkt. Schon am ersten Tag meiner Ausbildung hat mich die besondere Kundenorientierung der PSD-Bank begeistert. Die Art und Weise, wie hier mit Verantwortung, Engagement und Leidenschaft an den Zielen unserer Kunden gearbeitet wird, macht einfach Spaß. Ganz gleich ob Bauen und Wohnen, Sparen und Anlegen oder Altersvorsorge, zu allen unseren Produkten bieten wir unseren Kunden eine qualifizierte und kompetente Beratung an. Die PSD-Bank ist eben eine moderne Bank zum Anfassen. Diese Verbundenheit bezieht sich aber nicht nur auf unsere Kunden und Mitglieder, sondern auf unsere ganze Region und ihre Menschen. Wir übernehmen Verantwortung und möchten Wertvolles schaffen und Werte für unsere Gemeinschaft erhalten und fördern. Unser besonderes Engagement richtet sich dabei an soziale Projekte, die junge Menschen unterstützen und fördern, die ohne gezielte Hilfe weder einen Schulabschluss noch eine Lehrstelle finden können. Ihr Weg in eine positive Zukunft wäre versperrt. Die PSD-Bank möchte diesen Kindern und Jugendlichen eine zweite Chance und eine neue Orientierung für ihr Leben bieten. Schließlich sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Und dafür setzen wir uns gerne ein. Persönlich, sicher und direkt. In Zeiten instabiler Finanzmärkte und globaler Kapitalströme ist die Nachfrage nach Sicherheit und Verlässlichkeit heute stärker denn je. Dabei ist sicher das zentrale Merkmal der PSD-Bank Hessen Thüringen schon seit über 140 Jahren. Wir bieten Sicherheit aus Tradition und in vielerlei Hinsicht. Während andere Banken ihr Handeln oft nach wechselnden Trends und nicht nach den Interessen der Kunden ausrichten, ist das Handeln der PSD-Bank durchschaubar und verständlich an unserem gemeinsamen Ziel ausgerichtet. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt. Das bedeutet all unser persönliches Engagement, unser Kompetenznetzwerk, das eingesetzte Kapital und die erwirtschafteten Gewinne dienen einzig und allein unseren Kunden und ihren Bedürfnissen. Dabei orientieren wir uns an der Realwirtschaft und betreiben keine riskanten Spekulationsgeschäfte. Dabei bietet die PSD-Bank nur einfache, bedarfsgerechte und selbsterklärende Produkte wie Baugeld, Tagesgeld oder Sparpolitik. Und für den Fall, dass ein Kunde einmal differenzierter investieren will, stehen Top-Verbundpartner in unserer Gruppe zur Verfügung. Sicher bedeutet aber auch, dass wir genossenschaftliche Werte wie Kontinuität, Beständigkeit und Gemeinschaft unseren Kunden gegenüber leben. Übrigens, die Einlagen der PSD-Bank als Genossenschaftsbank sind rundum abgesichert und unsere Gewinne dienen ausschließlich der Vorsorge und dem Erhalt der Selbstständigkeit unserer Mitgliedergemeinschaft. Vielleicht sind Sie am Morgen auch schon dabei. Persönlich, sicher und direkt. Als Kundenberater hat man ja den Finger immer am Puls der Zeit und weiß, was dem Kunden wichtig ist. Ein Kunde hat neulich zu mir gesagt, obwohl die PSD-Bank schon seit über 140 Jahren auf dem Markt arbeitet, ist sie eine der modernsten Banken, die ich kenne. Wir sind eben eine beratende Direktbank, also die goldene Mitte zwischen Direktbank und Filialbank. Das bringt unserem Kunden viele Vorteile. Wir unterhalten kein teures Filialnetz wie viele andere Banken, sind aber über moderne Kanäle permanent erreichbar. Alltägliche Bankgeschäfte wie Bargeldversorgung, Überweisung oder regelmäßige Sparbuchungen werden ja heute sowieso automatisch abgewickelt. Aber für die langfristigen und individuellen Geldgeschäfte wie Anlage oder Baufinanzierung stehen für unsere Kunden spezialisierte Berater bereit. Dazu betreiben wir Beratungszentren vor Ort, deren Angebot permanent erweitert wird. Wir sind flexibel. Manche Kunden möchten eine Beratung zu Hause in privater Atmosphäre. Andere suchen den Kontakt zu uns am Telefon oder nutzen unseren Online-Service. Sie sehen, die PSD-Bank ist zu 100 Prozent kundenorientiert, auch bei unseren Konditionen. Denn die sind besonders günstig. Der Verzicht auf ein kostenintensives Fialnetz und unser effizienter Personaleinsatz stellen einen großen Wettbewerbsvorteil dar. Und den geben wir gerne an unsere Kunden weiter. Persönlich, sicher und direkt. Seit über 140 Jahren stehen wir unseren Kunden bei der Realisierung ihrer Wünsche und Ziele persönlich zur Seite. Das macht uns so besonders. Die PSD-Bank steht für eine Gemeinschaft, die ihren Kunden und Mitgliedern die größtmögliche Sicherheit bietet. Und das ist in schwierigen Zeiten wie heute wichtiger denn je. Egal wie die Zukunft aussieht, wir bieten Ihnen immer den direkten Weg zu erstklassigem Service, Top-Finanzprodukten und modernen Dienstleistungsangeboten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Top-Finanzprodukten Top-Finanzprodukten Top-Finanzprodukten